Was geht ab, Dörries? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Mirelle und ich stehen gerade am Bahnhof und düsen heute nach Berlin. Wir haben einen Dreh. Mirelle hat gestern extra mit ihrer Lehrerin telefoniert, statt zu schwinzen und wieder eine Entschuldigung von Mama zu bekommen. Du, hast du gedacht, du spielst einfach ein wahres Spiel? Ja, ich habe gesagt, ich möchte nicht lügen. Ich bin nicht krank. Nein, ich habe Arbeitstätigkeit. Magst du mal ganz kurz, ne? Meine Schwester redet gerade. Nee, sie sagt, das ist für meine Zukunft. Und das kann man, wenn keine Klausuren anstehen, erlauben. Mega. Bin ich ganz stolz auf dich, ne? Da muss man dich auch mal drücken. So, auf jeden Fall warten wir jetzt auf die Bahn. Und dann, sage ich mal, Berlin. Du bist so wunderbar, Berlin. Kennt ihr diese Frau, die Züge liebt? Ich liebe Bahnen. Besonders den RE80. Der wird hier gleich eintreffen. Und ja, ich bin schon ganz aufgeregt. Sehe ich gut aus? Ja. Ich weiß gar nicht, wie wir uns begrüßen sollen. Soll ich die Hand geben? Oder eine Oma? Die Umarm. Oh, nein. Ah, ist kaputt, ist kaputt. Ich könnte diese Leute auf TikTok diese Main-Correcter nachmachen. Jetzt ist es soweit. Ich fahr von zu Hause weg. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Moment so schnell kommen würde und mich so prägen würde. Doch jetzt ist es soweit. Ich schlage ein neues Kapitel auf. Der Dreh war lustig, ne? Ich finde dich so lollig. Nein, nein, ich finde dich. Nein, du. Nein, nein, du. Nein, du bist so wahnsinnig. Ich mach dich so gerne. Wirklich. Du, gut, dass du schon da bist. Und zwar, ich hab da so ein paar Wünsche. Ja, du. Deine Liste ist lang, ne? Du, die ist lang. Ganz ehrlich, ich schick sie dir. Alles gut. Tschö. So, wir gehen jetzt was essen. Hier soll so ein Foodcourt drin sein. Mal gucken. Ich muss morgen für einen Tag nach London. Samson hat mich eingeladen. Ich freu mich sehr. Und das Motto ist Y2K. Und deswegen war ich hier in Berlin noch in so einem Laden und hab mir einen ganz flotten Blazer gekauft. Ich zeig ihn euch. Ihr denkt euch von vorne jetzt erstmal so okay, aber... Wow. Must have this. Ja, und noch ein Gürtel. Ich hab keinen Gürtel zu Hause, ne? Ich auch nicht. Das ist mein erster Gürtel wieder. Naja, das wird eine flotte Nummer morgen. So, jetzt noch ein Matcha-Catcha-Fraba-Fraba-Sharpe-Chip. Irgendwie erster Schritt war geil, aber jetzt... Jetzt geht's nach Hause. Tschüss. So, Daddies, ich bin hier gerade auf der Party von Samson mit meinen Girls. Ich zeig euch mal kurz, wie es hier aussieht. Wir lassen hier nichts stehen. Lieben wir. Rosa Strähnchen rein. Rosa Strähnchen? Ja, ich mach hier jetzt auch Frick-Bee. Nein, hör mir auf. Ich liebe den Song. Ich liebe ihn. Eine Minute. Hier ist der Kielek. Die Kieleck. Und die Bars? Ja, ja, ja. Hi, let's see. Rude, ich will Mama verarschen, dass ich ein Tattoo gemacht habe, okay? Das sieht man laut. Nein, die sieht das nicht. Mama, du musst dir was zeigen. Hast du was gemacht? Ein Tattoo? Echt? Ja. Zeig. Ist es echt jetzt? Ja. Da war so eine Tattoo-Frau. Ja. Und die hat... Also, wir haben das spontan gemacht. Ja, das habe ich doch im Video. Okay. Ah, sieht gut aus? Ja, süß. Ganz klein, süß. Wofür den Schmetterling für? Na ja, dass ich bald losfliege und ausziehe. Dass ich bald losfliege auch. Was soll ich mir ein Helikopter-Rocke, oder? Aber schön, sei mal ehrlich. Ja, ist hübsch. Ist eine schöne Steppe. Du kannst es noch zudecken. Das ist doch aufgeklebt. Ja. Guten Morgen, Dude. Bist du bereit für unser morgendliches Ritual? Ja. Guten Morgen, du Hübsche. Du hast eine reine Seele. Dein Haar ist goldig. Du stinkst. Lebe dein Leben und lebe dein Traum. Ja. Das ist die Rapson. Ja. Rappatata. Lelele. Hu 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 hu. Ja. Hu 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 hu. Lebe dein Leben und lebe deinen Traum. IYYYYYO. Hu 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 hu. IYYYYYYYYYYYYYO hu 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 hu. Jetzt kommt das richtige Morgenritual. Laubhaken. Ne. Ha 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 ha. Mireille, zeig mal, was du dir geholt hast. Eine Thermoskanne. Wow. Ja wir haben zwar nur 10, aber die gehören auch meiner Mutter und die darf ich nicht nehmen, deswegen brauche ich eine Eigenschaft. Ja, zeig mal, wie du damit aussiehst. Oh, mega cool. Was? Die Antwort für Nummer zwei? Sieben. Digga, das ist mein Handtuch. Ist doch scheißegal. Digga, will ich deine Rosette da drin haben, oder was? Aber da hängen ja doch ein eigenes, denn da hängen so viele. Ja, und eins davon hat er auch... Nee, raus aus meinem Zimmer. Ja, was soll ich jetzt sagen? Das kannst du selber wegnehmen. Nee, nee, ist ja deins. Hier, ist deins. Ist deins. Nein! Geh weg! Wie du schmeißt irgendwas ab? Ah, Reflex! Kausi! Dude, ich muss los. Sagst du mir noch tschüss? Tschüss. Nein, tschüss. Ich warst, ich liebe dich. Geh nicht! Geh nicht! Ich weiß. Bruder! Ich weiß. Es wird hart, aber ich sag immer, vier Finger sind besser als einer. Das lässt mir so einen Daumen steigen. Oh, mit deinem Angebot. 30 Prozent auf Milka-Käze. Liebe dich! Ich liebe dich! Paco, willst du mit? Ja, komm, geh rein. Dann nehme ich dich mit. Perfekt. Ready's. Ich bin jetzt in Köln. Maddy feiert nämlich heute Abend ihren Geburtstag. Ey, und wir sind einfach an Karneval hierher gekommen. Ich wundere mich, warum Picacho mir in der Lobby entgegenkommt. Wir sind einfach gerade mittendrin. Wir sind jetzt ready gemacht. Jetzt geht's auf Maddy's Country Party. Das seht ihr dann auf Maddy's Kanal. Die filmt alles heute Abend mit. Ich bin wieder zu Hause. Was soll ich sagen? Zu Hause ist der schönste Ort. Ey, ich war jetzt die ganze Woche unterwegs. Und worauf freut man sich am meisten, wenn man wieder nach Hause kommt? Auf Briefe! Mach ich. Behörde und inneres... Oh, na, du. Mein Gott. Ich glaub, ich wurde wieder geblitzt. 50-50. Vati oder ich. Ich tippe immer auf Vati. Na, er ist der Blitzschnelle von uns. Ich bin nicht so schnell. Sie parken im Bereich eines Parkscheinautomaten. Ohne den Parkschein von außen gut lesbar. Im oder am... Digga, ich hab ein E-Auto. Ich hab ne Parkscheibe reingelegt. Mann! Gut, das nächste. Was ist das hier? Ähm, vom Amt. Na, mein Gott, ey. Kann ich nicht mal vom Schloss Hildegartenbrief bekommen? Komm, sie sind herzlich eingeladen auf ne Tee-Party oder so. Steuervorauszahlung. Ne Moja, mach ich. Geh ran. 20 Euro zahlen. Du, du zahlen. 20 Euro. Oh, ich häng fest. Sabah. Xing, Shang, Shang. Jetzt live. Wer den 20 Euro, äh, falsch Parkenbericht bezahlt. Den du verursacht hast? Nee, wieso ich? Xing. Aber mach sofort deine Hand dann nach vorne. Dann mach deine Hand nach vorne. Okay, okay. Xing, Shang, Shang. Oh! Ja, alles klar. Ja, du musst das. Ja, mehr wollte ich nicht. 20 Euro, ne, ich schick dir den Brief. Viel Spaß. Ja, warte, ich will noch was sagen. Was? Mein Tipp an euch. Bleibt 10, tschüss. Ach. Haha. Hahaha. Irritet. Ja, ich bin mit mir auf der Welt. Jeuros fort起 branded.